Ein bisschen klein vielleicht. Ein Schriftbuch, bitte. Jawoll! Nee, das ist aber die falsche Musik. Ich will wieder die Partybucke von irgend! Stimmung! Jawoll! Sieh die Kaffe nicht mal! Ich hab rausgefunden, das ist richtig. Können wir mal den Tecmo wieder machen? Können wir mal den Tecmo wieder machen, bitte? Immer noch mit den drei Bruder. Jawoll! Juhuuu! Wuhuu! Ich weiß gar nicht, was ich meine. Wuhuu! Oh! Wuh! Tögeriss! Oh, Nooy! Kee Do! Wuh! 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 Oh, Ja! Ah, ist das ok? Ich mach jetzt mal rummüßchen. Der aktuell arbeitet am Sampleis. Aber jetzt alle mit schaukeln hier. Das ist doch leider relativ schlecht. Für uns praktisch. Bei ihm geht es jetzt eh nicht ab. Aber nicht mal er schaukelt. Aber nicht mal er schaukelt. Und er sitzt allein. Die Bremse ist ja drin. Komm mal die Bremse raus. Kannst du bitte noch mal fahren? Jetzt aber. Wie ein Shake Lara. Und jetzt? Ja, die Schaukel ohne Ende ist nicht anders. Die schaukelt gar nichts. Ich hab schon wieder gebrochen. Schaukeln mit Ende. Schaukeln mit Bremsung. Jetzt aber. Nein, warum ist denn die Bremse drehen? Jetzt ist eh vorbei. Jetzt wieder raus. Immer wenn es gerade spannend will. Jetzt aber. Nein, nein, nein. Ich hab wieder die Bremse drin. Schon wieder die Bremse drin. Gehst du aber hoch? Jawoll. Hä? Komm nicht klar. Die läuft ja immer noch. Aus. Das geht auch fünf Minuten. Ich glaube, das ist das weit gefährlich. Ich glaube, das ist das weit gefährlich. Ich denke ich weiß. Ja, ich hatte das in die Zimmer. Ja, ich habe das in die Zimmer. Ja, ich habe das in die Zimmer.